Am ersten Arbeitstag der Lehre habe ich mich glücklich gefühlt. Ich wollte eigentlich eher mit anpacken und das hat sich eigentlich an diesem Tag schon erfüllt. Die Umstellung war eigentlich sehr gross von der Schule, um die Arbeit zu wechseln. Es ist erstmals nicht in dem Dörf, in dem man wohnt. Momentan gehe ich in die Lieschlin-Schule und das einmal in der Woche am Donnerstag. In der Berufsschule ist eigentlich auch ein ganz normaler Schultag, was die Doppelbelastung anbelangt. Es ist momentan so, dass ich eigentlich keine Mühe habe. Ich bin da konzentriert und in der Schule bin ich auch konzentriert. Und wenn man in der Schule eigentlich gut zuhört und zu Hause auch ein bisschen die Zeit investiert, dann klappt das schon. Besonders spannend in der Lehre bei der IWB als Logistiker ist, dass man in kürzeren Zeit Sachen alleine machen darf und dass man alleine Erfahrungen machen kann. Am liebsten empfange ich Kunden und dann einen Schein bearbeite und Sachen einbuche. Mein Lieblingsort ist hier, weil ich hier selbst alles planen kann. Ein typischer Tagesablauf sieht bei mir so aus, dass ich am 07.00 Uhr hier bin, mich umziehen und am 07.00 Uhr dann bereit bin, um zu arbeiten. Und dann hängt es halt immer davon ab, wo ich eingeteilt bin. Meistens erkennt man die Aufgabe selber und wenn nicht, bekommt man die Aufgabe von einem Mitarbeiter. Bei uns im Team fühle ich mich wohl, weil wir uns alle gegenseitig helfen. Wir sind mit allen Mitarbeitern perdu. Wir kommen alle miteinander aus und das macht uns auch Spass. Wir haben eigentlich keine fixte Rituale im Team. In der Mittagspause spielen ab und zu ein paar Leute Ping-Pong. Die Zusammenarbeit mit meinem Berufsbildner ist es so, dass ich ihn einmal im Monat sehe, wenn wir so ein Gespräch haben. Und sonst sehe ich ihn auch durch den Tag, aber ich bekomme jetzt keine Aufträge von ihm. Sonst sehe ich täglich unsere Praxis-Ursusbildner. Ich finde es eine gute Zusammenarbeit, weil ich halt immer zu meinem Berufs-Ursusbildner komme und bei jedem Problem versuche, mir zu helfen.